herzlich willkommen wieder bei Resident Evil Remaster und zwar sind wir hier stehen geblieben und zwar gehen wir jetzt mal hier weiter ich muss ja noch die eine finden die was geschrien hat aber wo war die er hat gesagt oben aber ich war oben im haus und da war keiner ach nein oh mein gott ja zum bieten ich glaube ich noch ein zombie die lassen wir am leben wo muss man jetzt hin ja ich glaube ich weiß es die magnum hier haben wir schon so jetzt gehen wir wieder zurück ins herrnhaus so und zwar lass mich jetzt mal kurz schauen hier 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 haben wir alles wir gehen mal weiter hier ist noch da ist ein lift 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 alles klar da ist auch lift das haben wir auch alles hier haben wir auch alles Residenz haben wir auch alles okay ich weiß wo wir hin müssen alles klar das nehmen wir jetzt wieder mit ja wir nehmen das mit das ist jetzt was das ist das ist das ist ne Und zwar nehme ich mal hier das jetzt mit, hier wo ist das, ja hier das, und den Ring, und was nehme ich noch mit, für was ist das denn, für was ist das, ich habe keinen Plan, ehrlich, für was das gut sein soll. Wartet kurz, ah ne, 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 wir müssen zurück, wir gehen lieber von oben, in die Halle, in die Eingangshalle. Und zwar sind wir schon in Eingangshalle, das geht hier am schnellsten. Und zwar sind wir hier, und eins, und jetzt kommt noch eins, zwei, so. So, wir sind jetzt hier angelangt. Was ist hier, eine alte Schreibmaschine. Okay, hier können wir speichern, wir gehen mal weiter. Ah, hier zehn Schuss, wir gehen weiter. Wir wollen hier noch nichts speichern. So. So. Okay. Jesus. Was ist hier jetzt? Ah, okay. Hier gibt's... Vielleicht, ich lass das mal. Chris, take a piece of the action. So, hier gibt's einen Trick. Hier gibt's einen Trick. Und zwar braucht man hier die, die hier nicht umbringen. Und zwar... Oh mein Gott. So. Ja, was ist das jetzt? Schneller, 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 schneller. Das muss schneller gehen. So, 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 so. Das war's eigentlich. Ich glaub, die kann man auch mit Schüssen erledigen. Aber das wollen wir ja nicht. Armes Stück. Äh, äh. So, wir haben die Fazer jetzt weggeballert. Wo ist denn jetzt Chris, äh? Wo ist jetzt Chris? Das frag ich mich jetzt. Wo ist der abgehaut jetzt? Ach, Mensch. Warum blinkt das hier oben so? Wenn ihr das seht. Ah, egal. Wir gehen da mal weiter. Perfekt. Und zwar sind wir jetzt... Ja, hier, was ist hier? Eine Tür lässt sich nicht öffnen, okay? Ah, okay, okay. Ah, jetzt weiß ich's. Jetzt weiß ich's, jetzt weiß ich, jetzt weiß ich, jetzt weiß ich. Ich weiß, was wir hier jetzt machen müssen. So, wir müssen aber erst das hier wieder zurückholen. Wir müssen die Truhe... Wir müssen wieder zur Truhe. Also, wir müssen die Truhe hier wieder zurückholen. So. So. Oh, okay. Das ist jetzt wohl gerne. Aber leider hast du es nicht geschafft. Aber leider hast du es nicht geschafft. So, wir brauchen das und das und wir werden auch jetzt speichern. So, wir brauchen das und wir brauchen das und wir brauchen das und wir brauchen das. So, wir brauchen das und wir brauchen das. So, hier ist der Wolf. Und auf der anderen Seite ist der... Das war vielleicht jetzt eine Grafik, oder? Ja, da haben sie aber nichts verbessert. So, wo geht's denn hier rein? Ja, hier. Okay, wir hören dann wieder auf. Wir sind wieder bei 13 Minuten angelangt. Und zwar hören wir direkt hier auf. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert mich oder schreibt mir Kommentare. Ja, dann sehen wir uns von dieser Stelle aus wieder im nächsten Part. Ich bedanke mich nochmal. Haut rein, Leute.